Hier noch eine Nebenquest oder zwei und wir sind hier mit Pan Am wieder zu Gange und zwar dürfen wir glaube ich jetzt heute Panzer fahren. Wir haben die Trucke mit den großen Korpo-Logos in der Raffenkamp, das war fast so viel Spaß, als eine Bage der Flamme auf der Tür zu verlassen. Was macht es, dass es nur ein Korpo-Logos zurückgekehrt ist. Schön. Alles ist gut, clean wie ein Wiesel. Und Saul? Was für ihn? Nichts, für heute. Wir sind aus den Haaren. Also, er ist nicht ein Familienkönig? Natürlich ist er. Er möchte mich in der Dunkel ein bisschen länger halten. Sie wollten immer einen von diesen Suckern für einen Spinn nehmen. Das ist genau wie all diese Naive Gawks landen auf der Front. Sie haben sogar nicht geregelt. Sie haben nur die Technik gezeigt. Komm, in. Alles ist fertig. Wie komm ich rein? Wie komm ich drauf? Wie komm ich rein? Kann doch da diese Doppelsprünge... Ah, jetzt. Okay. Da eigentlich diese Doppelsprünge machen und irgendwie geht das nicht. All right. Let's fire her up. Hold on to your head. Dammit. Anybody get this thing up and running earlier? Everything is dandy. Give me a moment. Oh, yes! It's not the latest model, but Mitch and Bob did what they could. What do you think? Well, at least now I know why people call them coffins. You steer directly from your seat. All you have to do is jack in. What? No knobs, buttons, blinky-doo-dads? No. None. The impulse runs directly to your cerebral cortex. In a sense, the basilisk becomes an extension of your body. It's like a mystical oneness. Ever piloted anything like this? No. Why? Don't you trust me? Can I still get out? No. Then I trust you. If it's so mystical and shit, why the co-pilot? Extra support? I'll tell you once we're a bit further from camp. We'll practice. Okay. If you want full functionality in an engagement, you need a second person to handle sensory overload. One pilot steers. The other handles the gun. It's oddly pleasant. You'll see. Okay. Okay. This will do fine. A dry run first. I'll disconnect for now. Doesn't need two pilots? You won't be steering and firing. Are you ready? Hey, now. Is this, uh, as designed? Neural synchronization doesn't happen at the snap of one's fingers. It'll be over soon. There. See? So... I'm starting to understand what you meant. Warm up. Don't worry. I'm not gonna watch. Just put it through a few turns. Soft ride. Same as a boat. All right. I can see you've grown bored. Now take her along the line of turbines. When I say so, swerve right or left before the last of them. All right. Left. Very good. Keep her going. Right. Yes. That's the way to do it. Right. Excellent. Now let's do some shooting. Stop and I'll activate the system. What's on the menu? Don't get excited. The Basilisk is a cargo ship by design. But it should still be a good time. All right. Blast those wrecks. Workout. What? I'll kill you. Fuck. See? Okay, practice is over. Good. Now I'm going to connect. It could feel strange. Meaning? Basilisk pilots have to be fully synchronized. That means our nervous systems will be linked. Okay. It's as if you booked a room with two beds, but got a double bed with a blanket wide enough for half. You know exactly what you mean. Hmm? Tell you later. Okay, let's try this. Guess I'll get to know you better than I'd planned. All right. Let me just say, it can be difficult at first. You'll experience feedback. Sensory echoes as our systems overlap. Probably comes naturally in combat. Mm-hmm. Right. Starting now. Oh, f***. They found us. They're going to camp. They're rapping. A whole group of them, ready for a fight. They're here too, Saul. In full force. Take them out. Then haul us here, and make yourselves useful. We'll go straight to camp. We have to help the family. We're almost there. We're almost there. There it is. Back or better? Back or better? We're almost there. Es ist alles gut? Ja, du hast sie zu schlafen. Herzlichen Dank. Es ist Zeit, zu sprechen. Okay, also ins Lager zu, äh ich bin doch hier schon mal da. Okay, also ins Lager zu, äh ich bin doch hier, äh ich bin doch hier, äh ich bin doch hier. Ja, wie heute Nacht wird das schon gesagt, ich weiß irgendwie nichts mit mir anzufangen. Äh, nee, das kommt glaube ich erst jetzt Ende September, aber noch diesen Monat. Spare me another speech of yours at the very least. I'm afraid you'll have to sit through a few more. Because from this day forward, you will lead this family by my side. I will what? I wish to do this properly, but fine, have it your way. I was wrong, you were right, that's the truth. May it never happen again. But I, I, I made a mess of so many things. You said- I know, but I changed my mind. You risked everything for this family, not even knowing whether you'd be welcome the next day. Okay, okay. Well, I, many things will have to change. Yes, and to start with, we need to leave this place, quickly. We can't wait for Militech to find us. Of course. I will prepare our route. So. Congratulations. Terrible choice. I voted nay. Thank you. Thanks. I need to cool down, I think. Will you come with me? I come, but I still collect here. Ah, shit. Aber wir liegen hier noch mehrere vom Angriff. Weil die Waffen lassen sich eben cool zerlegen für Komponenten, beziehungsweise auch sehr gut verkaufen für Kohlen. Ja, jetzt ist natürlich, ich hab, bin überladen. Aber das macht nichts. Äh, wie schon gesagt. Konig-Item. Ne, dann ist das die, ach, ist das die von. Jetzt legen wir ein paar Sachen für Komponenten, um Upgrades zu machen. Ist auch nicht schlimm. Wie gesagt, manchmal macht man, wenn man den Schrott aufsammelt, beziehungsweise Schrott aufsammelt, äh, die, äh, Waffen aufsammelt und die dann nachher verkauft, macht man manchmal bei, gerade bei den, äh, Aufträgen Nebenquests und sowas, äh, oder beziehungsweise bei den Aufträgen manchmal mehr Kohle als mit dem Auftrag selber. Ging mir manchmal auf alle Fälle schon mal so, dass ich für den Auftrag selber irgendwie, äh, für den fixen Auftrag selber gar nicht so viel bekam. Aber als ich dann die Waffen verkauft hab, dann die Kohle in der Tasche hatte. Ja, 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 ja. Komm schon. Nein, ich bin ernsthaft. Wir alle verdienen dir. Also kannst du auf die Aldeckelde. Sempre. Ich weiß nicht. Keine Ahnung ist hinter der Bar. Das mag ich. Bier? Lemonade? All right with lemonade. Suit yourself. To happy endings. Was jetzt, Boss? Ich habe keine Ahnung. Ich bin ernsthaft. Ich bin ehrlich. Ich bin nicht der Beste. Soll ist alles gut. Also ist alles falsch? Ich spiele es mit einem Jahr. V, schau mal. Schau mal an sie. Sie können deine Familie sein. Panim, was du... Stay in camp. Join uns. Was? Es ist wirklich nicht so einfach. Sie wollen oder nicht. Was ist so kompliziert? Das ist das Problem. Das, was ich jetzt möchte, nicht ein Ding. All right, V. Ich sollte nicht Bomben wie das auf dich jetzt. Ich habe nur gedacht. Äh. Vergiss es. Ah, du bist jetzt auch bei der Schmiede. Ja, dann hast du vorher wahrscheinlich auch schon diese... Was schon unten bei den Gnomen. Und... Und Zwergen. Beziehungsweise die Zwerge, die die Gnome versklaven. Und umgekehrt und... Gibt es ja auch so einiges zu tun. Einige interessante und schöne Quests dann in der... In der Ecke. Aber ja, ich muss mal gucken. Ich habe vorhin mal in einem Guide geguckt. Äh. Wie man diesen, äh... Äh... Wächter schlägt. Ja, gibt es wohl irgendeine Taktik. Mal gucken, ob ich das mal irgendwann nochmal probiere. Ich bin ja jetzt weitergegangen. In das Gebiet danach schon. Und hab da diesen Zauberer getroffen und alles. Und ja. Aber hast du ja wahrscheinlich mitgekriegt. Mal gucken, wann ich das mit der Schmiede nochmal probiere... Was ich vergessen habe, ich wollte noch das mit diesem Eulenbaby probieren. Da habe ich irgendwas gelesen. Oder... Beziehungsweise gelesen wurde mir gesagt. Wurde mir erzählt. Und ich habe auch in einem anderen Stream was gesehen. Und... Du bist weg für Stunden. Was ist falsch? Was ist falsch? Pan Am, ich... Es wird verhörter. Every single day. Okay, Bea. Relax. Take it bit by bit. Was ist passiert? Exactly. You know Johnny Silverhand? Yes. They sometimes play those oldies on the radio. Why? That's just it. Johnny's alive. He's sittin' in my head. He's... What? Am I not... Come on. Is this some sort of strange metaphor? You always choose. But... But... But we... Long story. Got a job. Fucked it up. Now Silverhand's personality constructs sitting in my head. Bullshit! Yeah, well, he's not too happy about it either. Turns out we don't really mix. And it's getting worse. You are not joking. Just trying to live with it. Survive, actually. It's certainly not doing wonders for your health. I gotta go. Feeling better. Really. Wait. I will go with you. I thought I heard that voice. Hey, Mitch. Finally. We were worried. Took good care of your ride. She's over there. But you're not leaving us already, are you? Is everything okay? Can I drop by? I mean... Much better now. Thanks for your help. I'm glad to hear it. And my mom took me out. What do you think? Thanks. I'll stick around for a bit. Make yourself at home. Remember, our offer still stands. If you need help, the Aldacaldo's are here for you. Then that, at least, we can agree on. Hey, what about a flick? If you need anything, you know where to find us. You... Oh, I know. In vitro homicide. Want me to walk with you? I know this area. Back from the old roots. You're really safe here, though? For now, yes. Militech does not venture this far. And our vantage points really are much better. Hey! Welcome back to the land of the living. Yeah. Yeah. This looks cool. But you know, everything here... Can I kill him? No. All of it. We will soon have to decide what next is. Ich will not even pretend to understand. I don't think it has even sunk in yet. But I am serious. How can I help? Honestly, not a clue. But there has to be something. Someone who can... Remember Hellman? He's the one who created the personality construct tech. That's why you wanted to get him. But it was a dead end. Now I have to figure out where to go next. You'll find a way. And once you do, let me know. I will help. This whole family will help. Saul was not joking. You understand? Thanks, Pena. So, what do we have to do with the mission? I have to do with the mission. Okay, I have to wait. I always get one on the mission. Killing in the name. I will take the violence. Ah, the street has us again. Yeah, yeah. Der ist echt, echt heftig. Der ist echt heftig. Ich habe vorhin mal so ein bisschen was in einem Guide gelesen. Und habe da auch, da haben auch die Leute da gesagt, die das da ausprobiert haben. Mit Nahkampfwaffen machst du da gar nicht so viel an dem. Ich meine, ich habe den zwar auch ein paar Schadenspunkte abgenommen, aber nicht so viel hat er 300, dass das irgendwie gut klappen würde. Wann er, das habe ich vorhin auch gemerkt, irgendwie verletzbar ist, ist wenn die Lavaströme rauskommen. Dann scheint er wohl irgendwie geschwächt zu sein. Da kann man mir auch mehr Schaden machen. Und irgendeiner hat da noch in einem geschrieben, man soll es wohl mit diesem Schmiedehammer dort probieren. Halt auch, wenn er diesen Malus hat durch die Lava. Und dann könnte man ihn wohl irgendwie down bringen. Ich muss mal gucken, ob das geht oder... Wie gesagt, werde ich vielleicht irgendwann später mal machen. Ich bin jetzt mal weitergegangen. Falls ich das später dann noch machen kann, mache ich es noch. Ist jetzt aber auch nichts, was ich dann... Wo ich jetzt dann nochmal zurückgehen werde, wie ich das beim Smaragdheim gemacht habe, um es dann zu machen. Ich habe mit meinen Leuten geredet und es sieht so aus, als wüssten wir, wo Grayson ist. Alles in Ordnung, ich bin bereit, wie sieht der Plan aus. Warte nochmal ab, es ist mal mehr Infos... Äh, muss ein paar Infos durchgehen, aber sieht gut aus, okay. Ja, und bei dem Inquisitor bin ich ja auch... Wie gesagt, ich habe das irgendwie probiert. Das ging auch nicht so dolle. Also, falls ich das auch noch später machen kann, mache ich das noch. Ansonsten bleibt das dann halt eben auch ungelöst. Mache ich dann vielleicht in einem anderen Playthrough mal. Ich denke, ich mache schon so viel durch ständiges Neuladen und so weiter. Ja, das ist schön für dich. Ich habe den Inquisitor nicht geschafft heute Mittag. Die haben mir so den Arsch versohlt nochmal, dass ich das nicht hingekriegt habe. Ich bin aber sowieso keiner. Den Kampf hätte ich jetzt eben gemacht, weil das eben in der Situation so ausgeht. Aber ich, ja, habe jetzt auch das ganze Goblinlager nicht vernichtet. Oder halt jetzt auch da das so nicht gemacht, weil, ja. Hat jetzt für mich dann weniger Sinn gemacht. Aber kann man natürlich. Ich habe da auch... Ich gucke da auch in dem Stream zu. Äh, ja gut. Meine sind auch, glaube ich, groß. Jetzt im Großer Level 6. Meine ich zumindest mal, dass die vorhin einen Stufenaufstieg hatten, noch. Also ich weiß nicht, ob alle, aber es sind welche dabei, die jetzt den neulichen Stufenaufstieg auf 6 hatten. Oh, 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 shit, 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 shit. Ah, fuck. Ich habe den noch kaum berührt. Ne, wie gesagt, ich gehe auch in einem Stream zu, äh, von der, von der Sukupsee, die ab und zu mal hier ist. Und die machen auch alles platt, was sie treffen. Also ich spiele mit einer Gruppe zusammen und, äh, ja, wie gesagt, die machen alles, machen alles nieder. Oh, 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 oh. Ach, packen wir mal auf dem Gehweg. Ah, ja, ich glaube, daran erinnere ich mich nochmal. Da muss man denen irgendwie helfen, die, die Leiche in den Müll zu schmeißen oder sowas. Oh, 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 oh. Kann ich mich erst setzen, wenn die gesetzt sitzt oder? Ah, ah, jetzt hier, von dir aus geht's. Okay, so what's this about? I think you can guess, I'm in trouble. Aha, and what kind? Good question. In a rough year, creative block, can't even say the last time I made anything worth listening to, and to make things worse, I fell in love. I'm so sorry. And why's that? Sooner or later? Love will only let you down. Guess it'll be sooner. So, we're talking a man, woman? Oh, shit, these hands. Sometimes seems like I just brush something in, sparks fly. Anyway, anyway, a man, his name's Liam, Liam Northam, been together a few months, but I think he's cheating on me. Okay, okay, why is suspicion? Ugh, it's so cliched, it's embarrassing. Whispered phone calls in the bathroom, strange receipts, secret meetings in the middle of the night. Any specific event come to mind? Hmph, my mind, that's, that's a touchy subject. Why? Don't know each other well enough for that, V. Okay. Hast du ihn konfrontiert? You talk to him at all? Tell him to his face? You're adorable. Imagine this. We're never alone. Not really. Always surrounded by assistants, PR reps, makeup artists. I stopped smiling at him for one millisecond. And it'll be all over every scream sheet in this town. Understood. No, you don't understand. Not until you've lived it. Millions of eyes trained on you constantly. It can be beautiful. And terrifying. Liam Northam. Nope, don't know him. Tell me about him. Forty-ish, sensitive, guy who never wanted for anything. You know the type. I heard they exist. How'd you meet? He's my manager. I know. I know how it sounds. I never meant to. He's not even my type, but... But? Your body can be chrome, but the heart never changes. It wants what it wants. So what's my role here? What do you want? Proof. And then I'll end things. For good. Liam goes to riot all the time. Think he meets someone there. I want to know who. You'll find out for me? You'll find out for me. Uh, yeah, why not? You can count on me. Perfect. Remember, I want specifics. Details. Recordings or pics, if you can. Sure. Keep it in mind. Good. Now go. Oder verwechsle ich das? Ich meine, ich hatte das, ich weiß nicht, irgendwie so im Kopf, dass ich dir irgendwie helfen muss, eine Leiche zu entsorgen. Aber kann auch sein, ich verwechsel das erste Playthrough, da, ja, es ist so viel hier. Der erste Playthrough ist auch schon wieder ein bisschen her. Kann ich wieder reden? Ja, okay. Ja, jetzt fährst du Arschloch. Die ganze Zeit steht er da. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ok 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 Just let me give three their check Busy night, huh? Real busy, yeah Looking to spill your sorrows, this ain't the time Looking for Liam Liam Northam Ah, that one, fuck Can't stand that gunk Bad tipper Uh-huh Plus he's a jackass Output's even worse Output, huh? Hmm, interesting Anyway, where's he at? You know I can't tell you that Look, I'll pay Make up for all those bad tips In the VIP room with some new Output Or a champagne, so it's a party But, um, you didn't hear it from me, yeah? Sure Speichern wir mal Man weiß ja nie, was passiert Go ahead Okay Go ahead Okay Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, weiter geht's. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Let's see what's here. Champagne? Nice surprise. Good. Good. Yeah. Yeah. Oh, never mind. Do it. Do it. Nobody has that right. Especially without her knowing. Ah, shit. How do I even tell her? Don't have to. Camera in there. Where there's a camera. Where there's a cam, there's footage. No. What's here? I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. Was ist das, was ich dachte? Nein, schlimmer, Lizzie. Much, viel schlimmer. Was meinst du? Listen, ich weiß nicht die Wahrheit. Aber Liam, er... Er will deine Ingram. Er will dich verabschieden. Was? Aber warum? Er sagte... Er sagte, er sei Angst. Für dich. Für dich. Nein... Nein, ich glaube nicht. Du hörst mich? Nicht nur ein Wort. Du bist lieb. Ich habe die Daten, um es zu tun. Hier, hör auf dich. Nein, nein... Es ist... Nein... Fuck! Wo habe ich ihn geparkt? Egal. Ja, ich bin, ihr... Ich bin, ihr... Wieso? Ja... Ich bin, ihr... Ich bin, ihr... Ich bin, ihr mit... Wieso? Ich bin, ihr mit... Okay, dafür muss Rogue anrufen. Nancy muss sie auch nochmal anrufen. Full on the Hill. Ich probiere es hier nochmal. Die haben mich da bisher immer übelst, übelst zusammengeschossen, aber gucken wir mal, ob es vielleicht jetzt besser geht. Ich glaube, die, aber die Ausrüstung, die ich jetzt habe, die Jacke und alles, die ich jetzt habe, hat eine höhere Panzerung. Vielleicht, äh, langt es ja diesmal. Oh oh, sorry. Sorry. War keine Absicht. War keine Absicht zu müssen. Du hast eine Überweisung erhalten von Unbekannt, einfach unglaublich so ein Stück Scheiße, ich überweise dir dein Geld. Hoffe ihr zwei können das klären. Obwohl ich glaube nicht, dass es da noch so viel zu klären gibt. Wenn dich jemand deine Persönlichkeit kopieren will mit ein, zwei kleinen Änderungen, damit du angenehmer wirst, dann ist glaube ich da nicht mehr so viel zu retten. Sollte Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und jetzt muss ich nochmal Scharfschützengewehr ausrüsten, muss gucken, ob ich's, äh... Ob ich's aus der Entfernung dann raus schaffe... Ah, weg hier! Ah, weg hier! Ah, okay, mit Milaretex hat's schon mal eher geklappt... Aber das ist vielleicht so... Aber das ist vielleicht so eine Sache, ich könnte vielleicht mal versuchen, mich irgendwie anzuschleichen und versuchen, da irgendwie Silent Kills zu machen und die so vielleicht zu reduzieren... Guck mal, ob ich's... Guck mal, ob ich mich an den anschleichen kann, der hier ganz außen steht... Und dann... Mach ich's, äh... Versuche ich ihn nacheinander eben irgendwie auszuschalten... Das hab ich bisher noch nicht probiert... Probier's halt immer so auf die Hauruck-Methode... Und das klappt halt eben nicht... Aber wenn ich's wenigstens 2, 3 schon mal los würde... Wär das schon mal sehr cool... Steht, glaub ich, im Rücken zu mir, ne... Okay... Same... Okay... We Kids... Vielen Dank. Alles klar. Leck, 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 leck. Ach Mist, ich dachte ich kann vielleicht hier so ein bisschen über die Rohre klettern. Aber jetzt bin ich hier irgendwie ganz stark. Ich weiß nicht, wie ich hier so ein bisschen über die Rohre klettern. Okay, speichern wir hier mal nochmal. Ja, das hätte ich schon viel früher probieren sollen. Ich weiß gar nicht, warum mir das nicht vorher schon eingefallen ist. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Die will ich aber nochmal an V sehen. Mal gucken. Moment of truth. What the hell is this? Like all of them. The sex, though, can't even begin to describe it. Yeah, I'd really rather you didn't. What the hell was this doing on the moon? Why else? Some bougie prick hung it on his wall. Half the loops floating in space. You ever been there? Puh, with the jump change I got screaming into a mic? Yeah, in my dreams. Alright, let's bail before our heads start rolling. As for the painting, you'll have buyers lining up in no time. Well, I don't think I've tried it on the moon. I've tried it on the moon, but it's just not my method. mit meiner Arbeitsweise sozusagen. Wo ist meine Karre jetzt? Egal ich klau mir hier eins und guck wenn ich an meinem vorbei komme. Oder... Moment. Ah, ich habe noch einen Cyberpsycho noch nicht gefunden. Ich habe noch einen Cyberpsychoen. Judy, ich habe es für dich. Bring dich vielleicht wieder auf die Beine. Wer weiß, vielleicht ist das irgendwann mal nützlich. Kannst du meine Wohnung abholen bei der Arbeitsfläche in der Küche? Cool, danke dir. Ja, dann machen wir das aber zuerst. Judy ist wichtiger. Oder ist das keine Nebenmissionen oder Auftrag oder? Ja. 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 Karte, wo ist Judy's Apartment? Apartment und zu Hause, Night City Hier ist noch eine Nebenquest Sehe ich gerade Deine Apartments, okay Scheiße, steht da nirgends dran, welches jetzt Judy's Apartment war Fuhr an der Hill Ja, zur Not fahren wir sie halt eben alle mal ab, ne Schmerz, jetzt bin ich hier Ja, zur Notar-Karte Und jetzt ist die Linne auf der Seite Ja, zu Hause, die Bedeutung Die Bedeutung Entschuldigung, dass die Bedeutung Wo ist die Bedeutung? Ja, zu Hause, die Bedeutung Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ne, den mag ich jetzt noch mehr fahren. Was das für eine Sidequest ist, die ich da ver... ...vergessen habe oder die jetzt vielleicht auch erst frei geworden ist? Was? Gucken wir mal. Okay, das muss ich mir merken, dass Judys hier ist, bei Regina Jones. Okay, das ist Full on the Hill, aber da unten war dann noch irgendwo eine Sidequest, genau. Sollte. Das war's für heute. 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 I'll go and take a look. Make sure everything's okay. Wait, wait. It's just... Well, they could get real sore about... Just keep a look out. You asked, you received. You asked, you received. What's the problem? The problem is that you were late. By three whole fucking days. I already explained. There was a sandstorm. We... Guess what? That's none of my fucking concern. We lost a lot of 80s because of you. Okay. Okay. speichern und ich guck mal was passiert wenn ich hingehe. Was soll ich dich? Was hast du hier versucht? Das ist eine Art Taktik? Seymour jetzt ist sie mit uns. Kannst du auf 3? 1, 2, 3! Das ist wie viele du sein solltest! Even Money war auch hier. Aber ich kann nicht sehen. Wie geht es das mit, Roman? Wir waren zu früh. Wir sind zu früh. Wir werden 10 Prozent entfernt. 20. 15. Fine. Let's call it a fucking day already. I'll give the sick for the edges. He must be outside her mind, V. Why'd you come here? You can't trust the scavs. Nothing ever ends well with them. Save as you're patronizing, V. We knew the risk, but... We really need this money. Like, badly. Push up now. You can conversate all you want later. You can conversate all you want later. Funny. With the Aldecaldos. You said you were all together, yeah? Am I right? Or did they fucking here wrong? Okay, but... Oh no. We're done. Fuck him up! Sniper! Someone take him out! Throw him up my head! Oh no! 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 I'm too late! Oh no! Oh no! I have to see that I can switch to the other ones that are going over the line right now. Oh no! 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 Warum musst du wissen? Warst du mich raus? Gib mir einen guten Grund, warum ich nicht aus dem Kopf aus dem B********* Seymour down jetzt. Sie ist mit... Kannst du... Even money... Fisch? Fisch. Du kannst nicht glauben, die Scavs. Nothing ever ends well mit ihnen. Und ich habe doch eben noch ein Gewehr aufgesammelt, oder? Oh... Funny. Didn't like your ugly skin plate from the get-go. Now I know why. You're the one who flushed us out in Watson. It's... We're... Good. I was starting to get a headache from all your b******. Kill them all! Snackers! Someone take him out! Oh, komm ey! Sorry to interrupt. Hey, come... Keep the money with... I'm sorry to interrupt. Hey, come... Fifty. Fifty. Bumped into your man outside. Save as your patronizing, Vy. Knew the risk, but... We really need this money. Like... Badly. Push up now! You can conversate all you want later. Funny. No, no. That ain't no... Oh, no. Sniper! Someone take him out! I ain't no careful! Shit! And here I was! Where are we going? We have to spill blood for this money! Then so be it! ... If we D-Minute immer vor der Linse stehen würden, wär's auch gut. Halt ja! Don't rush me! Don't be the fucking go home! Good health, Kurt! Good, good! Got her! Real big help you were back there! You and your big city talk! Why do you think they had a sniper? It would have ended up like this anyway. Maybe. Never find out now, will we? Let's not get torn up now. You hear? You never know if your bad luck has spared you... from a worse line. You charged into the lion's den to help us, Fee. Why? Because you listened to your heart. That's a rare thing. Especially out here. Some things, money just can't buy. Speaking of money, can't just leave it sitting around. Thanks for everything, Fee. So long, now. you're going to leave. So that almost walks around. Vielen Dank. Ah, ne, behalte ich. Ah, ne, behalte ich. Ah, ne, behalte ich. Okay, das war dann nochmal eine Sidequest, die ich entweder übersehen habe oder die jetzt erst eben frei geworden ist. Irgendwie viel Geld habe ich jetzt nicht damit verdient, aber egal. Fool on the Hill, wie fehlen da noch? Da ist noch eine, die ich dann eben einscannen kann, wenn ich hingehe. Okay, gibt es hier noch irgendwo Tarotkarten? Von der Hill fehlen noch zwei. Das heißt, die eine, die halt eben da an dem Haus ist, wo eben Schluss ist. Ah, hier ist noch eine. Also, also kann ich hier auf dem Gelände wohl keine Autos fahren, ne? Ja. 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 Na. 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 Ja. Vorbiet earning... vorbieter. Nein. Ich bitte nichts. Die. steige. Nein. Da. Und. Das morale. Ja. Ach shit du musst tatsächlich aussteigen. Ach shit du musst tatsächlich aussteigen. Ach shit du musst tatsächlich aussteigen. Oh. Oh shit. Da kam ich ins Rutschen. Oh shit. 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 Ich sag mal, was fahr ich mir denn hier zusammen jetzt? Ich habe eine lustige Bilde gesehen, ich weiß nicht, was ich sah? Tarot, Major Arca- Das was jetzt? Major Arcanum? Tarot, Archetype, Knowledge held in Symbolic Form Ach, wie komme ich denn jetzt nach oben? Ich glaube hier Das ist das, was ich will? Ich bin in der Mitte von Ebonica Ich bin in der Mitte von Ebonica Ich hab ein paar Kontakten Grayson war ein Freund von den alten Zeiten Ich habe ein bisschen Entschrift. Ich habe etwas. Ein Teil des Körpers der Maelstrom Turf So why are these docks called Ebunike? Pretty sure it's got nothing to do with some long-dead mayor. Dead wrong, actually. It's not the docks. It's an old container ship named after the guy. So you found Grayson? You really got an in with Smasher? Come see me. Afterlife. We'll talk. Okay. 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 Okay, you were staying. So, now that you're back, I might start by looking for more of them. The tarot describes a road. So go down it. Yeah, but I have to get what I'm supposed to... look from... think. Oh, finding the truth is a difficult... I don't know. Come on... Uh, something... Did they... Oh, just a bunch of tarot cards. The tarot tells the story of a fool... Here. You're still missing two arcana. Judgment and the devil. My guess is that they relate to a turning point in your life. One that's soon to arrive. What's this judgment, Yvonne? One possible future. Of redemption, transition, awakening. The angel with the trumpet symbolizes the end of an era. And the call to rebirth. To a new beginning. Rather not run into the devil. Got a feeling he's bad vibes. That's the card of primal, dormant desires. But also the will to survive. Hmm. Doesn't sound so bad, actually. It also represents a false world. The trap these desires lay for you. What's up with the wandering fool? The fool is you and Silverhand. You've traveled a long road together. Discovered your potential. Where are we headed? Your destination is the world. The final arcanum. Both of you waged a war on the world. So there are two possibilities. Declare victory, or make peace. Could lose the war, too. Yes. Unfortunately, that's true. Thanks. Didn't get much out of that, but thanks. You'll understand when the time comes. I can't explain everything. All the tarot can tell me is that you will reach the world by one of four paths. Meaning? The final leg of the journey goes through the sun, the star, temperance, or the devil. Could just die, I'm not even desperate for. Come on. You won't let that happen. Take this. That's all I can do to help. Good luck, V. On whatever road you choose. So, gab's hier noch irgendwas, was ich hätte machen wollen. Ah ja, das ist das letzte, was wir noch machen. Violence, das machen wir noch fertig. Wijchen Todos, das machen wir noch locker. Okay. Jetzt egal. Dies ist das letzte. Das ist etwas, was wir aufziques. Bis dahin, das хочется mich einmaliger. Bis dahin, aber auch mal was für ein попад. Aber warum verfahre ich mich immer hier? Sogar mit Navi verfahre ich mich. Ach komm, ich dachte er zieht auf die andere Seite und dann bleibe ich da. Ah egal. Sogar mit den Anbetten, dann bin ich Dich den eigentlichen Teil. Sogar mit Navi weg. Sogar mit. Sogar mit den Anbetten, dann sage ich mich. Sogar mit den Wilder und die Räumen hochkommen. Ich weiß nicht mehr genau, ich glaube die hat ihn irgendwie zur Rede gestellt und hatten dann irgendwie im Streit getötet oder sowas. Und jetzt müssen wir glaube ich die Leiche verstecken. Ja genau. Schatz, die Leute in Schreitze. Oder, ich meine, du fühlst dich, dass du wirklich nicht dich bist? Ich... das ist wie ich fühle mich immer. Du ihn schreitst. Every moment. Diese Leidigkeit ist... Ich... ich war schrecklich. Ich muss mich verloren haben. Ich wollte ihn einfach mit ihm verbrechen, duißt du? Ich weiß nicht, dass ich ihn aus meiner Leben wollte. Aber ich... Ich weiß nicht, wie, wann... Ich... Also, Liam hat wirklich einen Grund für dich Angst. Ich wollte nicht, verstehe ich? Ich wollte nicht! Natürlich, vielleicht. Alles gleiche zu ihm, aber... Also, das ist über den Körper, richtig? Das ist der Grund, warum hast du? Ja, ich... Die Medien können nicht darüber hören, verstehen Sie? Das wäre... Oh... Huh? Der Welt würde es essen. Eine Geschichte der Gefängnis, um zu kontrollieren, eine Erinnerung. Eine Erinnerung, dass eine Person, nur eine Collection von Baiten, die können... kopiert, reproduft, kopiert, reproduft... Luzi, aus der Scheiße! Was für das Körper? Ich weiß nicht, mach was, mach es irgendwo, mach es, Ich bezahle dir. Okay, ich mache es dir. Du schlägst jetzt. Du schlägst jetzt. Ich will nicht schlafen. Ich will nicht. Ich will nicht. Danke, Liam. Du schlägst es nicht, aber... du hast mir etwas Schönes gegeben. Du hast mir etwas Schönes gegeben. Was hast du denn gesagt? Geh, V. Geh. Geh. Und geh ihn mit dir. Du hast dich mit dir. Jemand... jemanden sollte dir eine Check-up geben. Versehen, ob du okay bist, Lizzie. jemanden, du glaubst. Ich liebe was mit mir passiert. Schönes zu sehen, V. Jetzt geh. Geh. Also habe ich mich doch richtig erinnert. Also ich komme also in die Zimmer zu mir rein. Ich fahre noch zum Embers hin. Und das war es dann für heute. Dann hätten wir einiges nochmal Nebenquests erledigt. Und sind dann nochmal auf der Spur mit der Mainquest. Oh. 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 Denk an dich. Willst du wissen was? Ich an dir wäre ich definitiv ein Hund. Oh. Komm jetzt aber sexy Nachrichten. Ja. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020